Also, hallo! Wir sind immer noch in Wittenberg und wir hatten einen, finde ich, sehr intensiven, sehr schönen Tag in Wittenberg, wo wir mit sehr vielen, sehr netten Wittenberger geredet haben, die sich leider alle nicht filmen lassen wollten, fast alle. Die haben jetzt gerade ein Lutherjahr hinter sich und den reicht es in Turis. Die haben alle keinen Bock mehr auf Luther. Aber da mehr halt auf der Suche nach Wittenberg. Nee, auf Turis haben sie keinen Bock mehr. Luther kann dafür gar nichts. Nee, genau. Luther finden sie okay. Die Stadt mag Ehrenluther. Das haben wir genau so gehört. Die mag Ehrenluther. Ja, ja. Und sie sind alle froh, wenn wieder Ruhe einkehrt. Das ist schon richtig gesagt. Ja, und wir sind immer noch bei Doris. Doris hat uns sehr gut bekocht. Ja, dankeschön. Mit einem Lachs-Tartar. Tartar-Post. Und machen daraus ihr Beefsteak-Tartar. Und machen. Daraus ihr Lachs-Tartar-Tartar. Ja, wir wollten doch sowieso. Das ist ja auch hier neben Weilstadt, das ist Dessau. Kurt Weilstadt war Dessau, da waren wir auch schon. Gerade vorgestern so, deswegen. Da singen wir auch nochmal. Ja, ja, genau. Und dann singen wir die Kurt Weil-Songs. Okay. Wir setzen uns dann einfach, bei Dessau setzen wir uns einfach in die Stadt, singen Kurt Weil-Songs und stellen Hut hin, lassen die Kamera laufen und gucken, ob uns jemand Geld gibt. Das wollen wir. Ja, Prost. Ja, Prost. Klingt gut. Die Thesen werden vermutlich nichts, weil die Leute nicht mit uns reden. Wir wollten eigentlich mit den Leuten halt irgendwie die neuen Thesen. Also wir wollten die Leute fragen, was denn jetzt die aktuellen Thesen für sie sind. Und dann, wie Luther diese Thesen... Also im Sinne von Thesen, was denn falsch läuft und wie man es ändern könnte. Und diese Thesen wollten wir halt auch an die Kirchenwand schmeißen. Das Ding ist, die Leute haben einfach keine Lust auf Thesen. Nee, nicht nach dem Jahr Luther. Verstehe ich auch irgendwie. Aber gut, so ist das so. Ich hatte schon mit Wein und du mit Wasser. Ja, ja, wir machen das jetzt nochmal anders. Genau, Prost. Prost. Bis morgen. Bis morgen. Wir trinken jetzt noch die Flasche und dann probieren wir noch die andere Flasche. Aber es ist jetzt auch noch nicht zu spät. Ich habe gehört... Verflucht, rote Flecken auf einer weißen Hose. Ich Idiot. Ja, ja, ich habe da auch schon leider einen Fleck drauf. Ja, so schnell geht das. Aber gut, passiert. Die Leute haben gesagt, wir sollen nicht so viel über Saufen reden. Unsere Zuschauer wollen nicht, dass wir so viel über Saufen reden? Das gehört ein bisschen zum Beruf. Das gehört auch zum Konzept leider ein bisschen. Wir wollten ursprünglich auch von den Pader von Pader Borna Pilger und sponsern lassen. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Pader Borna Pilger ist ganz geil. Das ist ein tolles Bier. Wir haben auch noch nie gezeigt, dass wir unser eigenes... Wir haben unsere eigene Bierdeckel. Die haben wir noch nie gezeigt. Also sie da, jetzt in der Hand. Nein. Ich bin wirklich... Ich freeze mal. Guck mal, zurückholen den Bierdeckel und ihr tun sollt, als ob wir das direkt ranschneiden. Gell? Hörn, schließen, nicht ohne reden und in euren Augen ist gar nicht so einfach. Ach, Göttchen. Ja, ja, komm, das Lächste ist. Das ist ein ganz schönes, hartes Ding, das hat der Hirn. Hier ist auch hier. Hier ist auch nicht wieder. Hier? Ja, komm, komm, die hier in die Zinke ist da. Also das hier sind die Bierdeckel, die wir haben. Das sind die Bierdeckel, die wir haben. Wunderschön. Wenn ihr einen von diesen wertvollen Fanartikeln haben wollt. Das ist ja toll. Ja, gell? Ich finde auch. Hier für dich. Ja, das nehme ich. Dankeschön. Das ist ja ein Ding. Auch schön, dass ihr dir gefällt, der Bierdeckel. Das gefällt mir, ja. Ja, die Theaterpöger, ja. Ich muss mir das ja mal angucken, ich habe ja da noch nicht reingeguckt. Bei uns, ja. Du bist schon im Internet drin. Ja. Von gestern, du bist schon drin. Die Leute sehen dich schon. Die haben dich schon gesehen, ja, ja, und kommentiert. Die haben schon geschrieben über dich, viele. Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, Gottes Willen, alles. Nicht drüber nachdenken. Auf das Leben, auf das Theater und auf Luther. Und auf Luther. Auf Luther klingt total schön. Meine Damen und Herren. Diese todos! grape. Mir klappt. Wie Du. Wer ver Garden. Sind we die Licht. swarm abweCH. Vielen Dank.